Hallo, eigentlich seit ich mein Buch rausgegeben habe im Februar und ich dachte, ich könnte wieder mit Vlogs anfangen und so ein Tiny House zeigen und Tiny House erzählen und Fragen beantworten und ich habe es nicht geschafft, ich habe mit dieser ganzen Corona-Geschichte, ich habe keine Lust, ich bin völlig unmotiviert, ich tümpel es ein wenig vor mich hin, finde ich nicht geil und jetzt habe ich aber gleich gedacht, vielleicht gibt es einen den Vlog, wenn ich den wieder täglich mache, mindestens so ein Fixpunkt, ich kann ja bis vor einer Woche, bis vor einer Woche, nein weniger, auf jeden Fall mit dem Danny jeden Tag einen Podcast gemacht und es hat Zeit gebraucht und man ist jeden Tag dran und jeder Tag reden und ich muss es aufbereiten und aufladen, aber es ist wie so ein bisschen ein Fixpunkt gewesen, darum habe ich gedacht, ich fange wieder ein bisschen an Vloggen, auch wenn ich nicht ein bestimmtes Thema habe, es ist nämlich, trotz eher ruhig und auch bei uns ruhiger geworden, auch gleich viel passiert, wir sind E-Road fahren, wir haben Fotos gemacht, wir haben Videos gemacht, es läuft immer so etwas, aber ich glaube es geht ja vielen, die hier zuschauen, auch ein bisschen um das Tiny House und darum ist das die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, die tue ich nachher in einem Video beantworten, ihr könnt unten kommentieren oder Mail machen oder SMS machen und dann tue ich das gerne beantworten. Ich hoffe, euch geht es gut und es ist für euch ein bisschen eine okay Zeit, trotz der Umstände, wir sehen uns morgen, bis dann.